Unter der Werkzeugmarke SONIC bieten wir unseren Kunden immer zwischen 80 bis 100 verschiedene bestückte Werkstattwagen an. Es freut mich sehr, dass ich euch heute einen von unseren Limited Edition Icon etwas genauer vorstelle. Und zwar haben wir den mittleren ausgesucht. Im mittleren Modell sind rund 500 Werkzeuge beinhaltet. In der ersten Schublade haben wir die Schraubendreher. In der zweiten Schublade befindet sich der Antriebs 1,4 und 3,8 Zoll Bereich. Beim 3,8 Zoll wie auch im 1,4 Zoll möchte ich so Problemlöser wie Längeverlängerungen erwähnen. Wie diese sehr, sehr gut ausgestattete Bestückung mit auch bereits in beiden Bereichen die Langnüsse. In der Hauptzahl Schublade haben wir einen Drehmomentschlüssel integriert. 40 bis 200 Newtonmeter mit einem Durchsteckvierkant. Wir können also auch eine Längsgewindschraube prüfen. Neu sind auch die schlagfesten Stecknüsse, Torx und Innensechskanten. Bei den Schlüsseln haben wir die Schlüsselweite noch von 6 bis 32 Millimeter. Ringkabelschlüssel in diesem Wagen. Plus für uns schon fast Standard die Ringrätschenschlüssel. Bei dieser Version die Umschaltbare. Wir haben unsere Zange, die Universalzange, die Sägerringzange und ein paar weitere Werkzeuge in der Schublade 6. Das ist noch die Schlagwerkzeugschublade, die nächst bestückte Schublade. Hier haben wir die Hämmer drin. Neu, spannend, wieder mit Holzsteilen. Hier hat man gemerkt, dass Holz, Öschen oder Hickorysteile optimal sind für Schlagwerkzeuge. Die nächsten zwei Schublade sind wie gesagt leer. Die bieten also Platz für bereits bestehende Werkzeuge sauber zu versorgen. Und die letzte, etwas höhere Schublade, ist nicht ganz leer. Da habe ich noch meinen Notebook drin versorgt. Bei dieser Schublade möchte ich noch erwähnen, dass sie vier Auszüge hat. Das heisst, die Belastbarkeit dieser Schublade ist etwas höher. Ja, mit dem Notebook möchte ich Ihnen noch kurz das Geschenk bei dieser Sonderedition vorstellen. Bei jedem Modell ist ein Halter dabei, für einen Notebook, wo ich eigentlich fast jedes Modell einfach und sicher platzieren kann. Verschraubigen. Da habe ich einen Arbeitsplatz am Wagen, einen flexiblen, wo ich täglich suchen kann. Oder etwas, wo es immer mehr gibt. Papierlose Auftragsabwicklung. Da braucht es natürlich auch einen Notebook auf jedem Arbeitsplatz. Ja, jetzt danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit. Es würde mich freuen, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie irgendetwas von Sonic sonst möchten wissen. Räuten Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir sind jederzeit sehr gerne für Sie da. Danke vielmals.